Hulioi, 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 Tiriai. Mein Name ist Claudia Berger, ich wohne in der Ramsau am Dachstein, bin Biobäuerin und seit 25 Jahren Mama. Ich mache heute eine Beinwälding-Tour und wie der Name schon sagt, Beinwäld ist so ein Allheilmittel für alles, was die Gebeine betrifft. Wir haben seit 16, 17 Jahren ungefähr einen großen Kräutergarten und seitdem beschäftige ich mich auch ein bisschen intensiver mit den Kräutern. Und dann befasst ich mich damit und dann schaust du, wann wer ein Wäldchen hat, was kann ich aus dem Garten holen und so bin ich eben auch auf das Beinwäld gekommen. Die Wurzel macht mir eben die Tinktur, dazu verwenden wir mindestens 38% Schnaps. So, die Wurzel wird jetzt einfach klein geschnitten und dann in Alkohol eingelegt und wird dann bedeckt mit dem Alkohol. Und das Ganze wird dann verschlossen, ungefähr vier Wochen in die Wärme gestellt. Also nicht direkt in die Sonne, sondern einfach warm stehen lassen und nach vier Wochen schaut es dann so aus. Und mit dem werden dann Umschläge gemacht oder Einreibungen. Dieses alte Wissen, diese traditionelle europäische Medizin, das eigentlich kommt wieder zum Vorschein. Und die Leute sind auch wieder viel offener dafür, also jeder nimmt gerne auch Kräuterkunde in Anspruch. So, der Gärg ist ein beliebtes Opfer, weil der hat echt oft was. Da wird einfach so ein Tuch in die Tinktur eintaucht und dann auf die verwundete, desolate Stuhl aufgelegt und festbunden. Und ein paar Stunden drauf lassen und das kann man Alkohol wieder erneuern, bis es geheilt ist. Eigentlich brauchen wir es Alkohol mehr.